Ich befinde mich hier live am Flughafen in Wien-Schwächert, wo die Mannschaft von Rapid in wenigen Minuten in Richtung zu den Glasgow Rangers, zum Europacup-Spiel, das morgen Abend stattfindet, aufbricht. Bei mir ist jetzt Rapid-Kutsch Dietk Hübauer Didi, Fäsch im Anzug, mit dem Rapid-Logo auf der Brust. Wie groß ist die Vorfreude auf deinem Debüt morgen in Glasgow? Nicht nur aufs Debüt, natürlich auch dauernd los in einem Stadion. Als erstes mal auf der Seite stehen ist sicher eine gute Geschichte, aber die Arbeit wird immer die Söhe bleiben. Du hast gestern das erste Training mit Rapid geleitet. Was ist der Eindruck von der Mannschaft, vom mentalen, vom körperlichen? Wie ist die Mannschaft drauf? Das ist eine gute Mannschaft, da war jetzt etwas zu sagen, wer zu früh ist. Ich glaube, da brauche ich schon ein paar Tage oder ein paar Wochen und Monate. Monate hoffe ich zwar nicht, aber ich weiß, dass ich da eine gute Mannschaft miteinander habe. Welche Erwartungen hat man in Glasgow? Man hat das erste Spiel gegen Spartak Moskau mit 2 zu 0 gewonnen. Mit einem Sieg kann man sich wahrscheinlich die Tür zum Achtelfinale sehr weit aufmachen. Mit welchen Zielen fasst du zu deinem Debüt nach Glasgow? Wir fuhren dorthin, dass wir ein gutes Spiel abliefern und ein gutes Spiel bedeutet höchstwahrscheinlich, dass man da nicht als Verlierer vom Platz geht, eher als Sieger. Wie erwartest du die Schotten? Wahrscheinlich das er kampfbetonte Truppe. Glaubst du eher, dass ihr das Spiel machen werdet oder dass ihr euch über Kontre vielleicht gefährlich werdet? Es ist leider ein Missverständnis. Mittlerweile hat sich der schottische Fußball im speziellen Fall jetzt bei den Rangers total verändert. Sie spielen einen wirklich gepflegten Kombinationsfußball. Es sind nicht mehr diese Haruk-Mannschaft. Natürlich auch über den Flanken noch, aber es sind sehr gute Einzelfußballer. Es wird ein guter Fight. Natürlich, dass Kampf dabei sein kann, ist ganz klar. Ohne den wird es auch nicht gehen, aber es ist eine gute fußballische Mannschaft. Tilly, vielleicht noch ein Wort zum Trainertuell mit Steven Chara. Wie besonders ist das für dich? Ist das ein Spieler gewesen, den du bewundert hast, natürlich bei Liverpool, 15 Jahre aktiv. Wie besonders ist das Duell für dich an der Trainerbank? Es ist eine Legende, muss man sagen, im englischen Fußball, im Weltfußball und habe ich leider nie so erreicht. Aber es geht da jetzt nicht um Steven Chara oder um mich, sondern es geht um Rapid Wien, es geht um meine Burschen und die werden das heute Morgen gut machen.